Im letzten Teil der Orientierungstage ging es um im engeren Sinne althistorische Quellen, im vierten und letzten Teil soll es mir um materielle und im weiteren Sinne archäologische Quellen gehen. Eine kleine archäologische Quellenkunde. Denken Sie zunächst nochmal darüber nach, was ist eine Quelle? Nun, Sie werden sicherlich konkrete Vorstellungen davon haben. Eine Quelle kann Literatur sein. Hier haben wir Herodot, die Historien, als Buch vor uns. Das können Sie bei Amazon oder im Buchhandel kaufen. Fragen Sie sich einmal, wie lang der Weg von einem Text, der vor 2500 Jahren entstanden ist, bis zu einem solchen Buch wohl sein mag. Es gibt da sehr viele, sehr indirekte Überlieferungswege. Direkter ist es bei einem Papyrus. Hier sehen Sie einen griechischen Papyrus aus Ägypten. Sie sehen aber, der ist fragmentarisch erhalten, beschädigt oben und rechts unten. Das heißt, wenn Sie den rekonstruieren wollen, dann ist das ein philologisches Puzzlespiel. Textliche Quellen sind auch Inschriften. Und eine Mischung aus Bild- und Textquellen sind Münzen. Nun gibt es aber noch ganz andere Quellen. Und das sind eben Quellen, mit denen Althistoriker nur am Rande befasst sind. Hauptsächlich ist das die Domäne von Archäologen. Ich nenne Ihnen jetzt einige. Diese Quellen können sehr unterschiedlicher Art sein. Es können Bauwerke sein. Es können Kunstwerke sein, wie die Panzerstatue des Augustus von Prima Porta, um die Zeitenwende entstanden. Oder es kann auch Gelegenheitskunst sein, wie das Graffito aus Pompeji, das zwei Gladiatoren darstellt. Eine enorm wichtige Quelle für Archäologen ist Keramik. Keramik zunächst deswegen, weil wir sie sehr genau datieren können. Wenn Sie Keramik in einem archäologischen Fundkontext finden, können Sie ziemlich genau sagen, in welcher Zeit sie dort sind. Und zwar auf zehn Jahre genau. Keramik ist sozusagen das archäologische Leitfossil schlechthin. Was Sie hier sehen, sind zwei Stücke römische Terrasigilata, reich dekoriert. Das ist sozusagen das gute Tafelgeschirr der römischen Familie gewesen, in Italien und auch in den Provinzen. Hergestellt wurde es zunächst in Italien, dann später vor allem im südlichen Gallien und von dort wurde es in das gesamte römische Imperium exportiert. Wenn Sie jetzt Pfundgut, dass Sie einem bestimmten Töpfer in etwa in Gallien zuordnen können, wenn Sie das irgendwo finden, sei es in Rumänien oder in Syrien oder in Nordafrika, dann können Sie Handelssysteme und Vertriebswege solcher Keramik in der römischen Kaiserzeit rekonstruieren. Also hier erschließt sich eine weitere Dimension, warum Keramik so wichtig ist. Aber auch relativ unspektakuläre Keramik, wie diese Gefäßränder hier, können uns helfen, Kontexte zu bestimmen, zu datieren und vor allem auch über Funktionen, etwa von Räumen in Gebäuden, wo solche Keramik gefunden wird, Aussagen zu treffen. Weitere Quellengattung ist die Glyptik, das sind Siegel. Hier sehen wir den Rollabdruck eines Siegels aus dem alten Mesopotamien, aus der frühdynastischen Zeit. Da bewegen wir uns im dritten Jahrtausend vor Christus. Das ist ein Dokument der Wirtschaftsgeschichte. Mit solchen Siegeln, die man über Keramik abrollt, werden Wirtschaftsgüter, die man verhandelt, sozusagen gesichert. Man schützt sie vor unbefugtem Zugriff. Gleichzeitig sind das aber auch dadurch, dass wir hier Bilder und auch Texte, Sie sehen links oben im Feld dort einen Keilschrifttext haben. Gleichzeitig sind das auch Dokumente etwa der Religionsgeschichte. Hier sehen Sie Gottheiten dargestellt oder teilweise auch der Sozialgeschichte. Sie sehen können aber auch ganz anderer Art sein. Hier haben wir zwei Stadtgrundrisse. Links Milet in klassischer Zeit, etwa 400 vor Christus. Rechts ein Stadtteil der mesopotamischen Stadt Uruk im dritten Jahrtausend vor Christus. Sie sehen mit bloßem Auge, dass hier völlig unterschiedliche Raumordnungs- und Abplanungsprinzipien am Werk sind. Links geplant mit rechtwinkligen Blöcken und einem orthogonalen Straßenraster. Rechts weitgehend ungeplant ein Wegesystem, das sich mehr oder weniger zufällig zwischen den Häusern durchschlängeln. Wie gemacht ist, kann eine Quelle sein. Auch etwa Landschaften können uns Aufschluss über Ereignisse geben, die sich dort zugetragen haben. Hier ein Blick in die Umgebung von Troja in Kleinasien, in der heutigen Türkei. Die Stadt, die am Ende der Bronzezeit zerstört wurde und von der in den homirischen Ebenen die Rede ist. Und auch sogenannte Öko-Fakte, etwa Tierknochen oder Getreidekörner oder selbst aus Scheiße kann man etwas herauslesen. Man kann ziemlich genau sagen, was Menschen mal gegessen haben. Ganz besonders aussagekräftig ist immer das, was Menschen auf den Müll werfen, was man wirklich zu nichts mehr gebrauchen kann. Das nämlich bleibt im Boden. Das gilt etwa für die Keramik. Es kann nicht wiederverwendet werden, wenn es einmal kaputt ist, ist es aber dauerhaft genug. So wird man auch in 2000 Jahren aus unseren Müllhallen vermutlich das ein oder andere herauslesen können. Damit sind die Orientierungstage Teil A zu Ende und ich verweise auf Teil B, den Frau Dr. Castiello gestaltet hat.